was geht ab friends wir kommen zu der nächsten reaction sehr schön schön dass ihr alle dabei seid und mit mir zusammen die reaktion macht heute ist blog 9 dran markus nimmt uns also nimmt euch mit aber ich mal gespannt was da passiert so alles in dem blog lasst uns nicht lang herum schnacken wir fangen direkt an mit dem video so was passiert merkt ihr immer dieses so markus und ich wir machen immer dieses so immer dies so so gehen wir jetzt so das passiert so 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 ok so wir gucken jetzt weiter werde mich jetzt nach hause begeben fängt er schon gut an der blog er begibt sich jetzt nach hause er hat noch nichts losgelegt und er begibt sich jetzt nach hause jetzt weiß ich was da los war der hat sich ein bisschen vertan mit dem schneiden und er hat die falschen aufnahmen genommen also er hat das video anders gestartet und das hat er nicht mit reingesetzt deswegen ist das so ein grober cut in dem blog und dann fahr ich auch wieder hier zurück ja mach mal hier fertig ready bisschen sauber machen marcello weiß genau was ich damit meine ich weiß bescheid und ich nehme euch heute mit und ja ich sag mal mir später diese bewegung warum ich die gemacht habe das war für extra für fun bild für youtube dienstag ich bin gerade unterwegs gewesen und bin jetzt bei angelgeschäft ja da besorge ich ein bisschen köder ja der mit die tage auch der markus der angelt gerne angehen da würde ich euch auch nicht vergessen nehmen und bin ich mal gespannt ob ich dann auch überhaupt was fange so erstmal wir auch rein aber er ist auch noch so drauf der ist noch so drauf der geht angeln und die fische der herausnimmt müsst ihr euch jetzt mal verstehen also müsst ihr euch jetzt mal rein ziehen schmeißt auch wieder rein ins wasser also wenn ich angel gehe dann will ich will ich auch frisch mit nach hause nehmen wieso so ein richtigen wieso uhrmann ist ja wieso so ein so ein so ein primitiver mann von früher ich habe essen gebracht so so hätte ich das gemacht ich ohne kamera weil ich habe feuer gemacht so wie ihr seht bin ich jetzt im garten ich war ja halt wie im angelgeschäft das wochenende wir spruchten ein bisschen vor weil wird jetzt wieder zu lang alles noch ist ein wochenende und da weil ich kurz noch im super so gut wäre genau ein bisschen was ab ich zeige euch gleich was ich so gerne habe heute und dann fahr ich gut nach hause fahr ich wieder hier zurück ja macht was heute hier und werde ich euch mitnehmen also bis dann das war die hand da ist halt sein baby was man machen wie garten sein baby ist es zum beispiel für mich mein baby videos schneiden für euch content auf youtube bringen ok ich sprühen wir mal ein bisschen vor ah oder hat er chilis bisschen kaliente das hat er auch vergessen er hat was zu hause zu essen gemacht da wollte das eigentlich aufnehmen und hat er vergessen zu machen schlau ne es ist gut und das funktioniert die schmecken echt lecker kann ich bezeugen also noch mehr bio geht nicht ja das stimmt noch mehr bio geht nicht heißt also ich muss schon sagen diese perspektive von kamera habe ich noch nicht so ganz verstanden warum das geräusch erinnert mich ein bisschen an regen wenn ihr mal die augen zu macht und zuhört okay das war's super wie die maske an hat im baumarkt nur so nebenbei was ich finde und die maske hoch gucke ich mal weiter komm mal weiter wir sehen uns später jetzt ist in der autowaschanlage muss man jetzt nicht sehen ja ja jetzt bin ich fertig mit dem meeting nein und mit dem autowaschen oder auch noch einen kaffee geholt ja wir wissen eine zweite und gleich geht es nach hause und dann mal schauen was ich noch mache heute also ich muss sagen markus deine frisur und flieg aber wirklich und flieg ich glaube beim blog welcher blog war das denn jetzt ich meine das war 37 glaube ich ja der vorletzte blog der jetzt nicht am sonntag rausgekommen ist sondern doch jetzt letzten sonntag rausgekommen ist genau immer das ne frise kollege du hast ne ich habe dir gesagt macht die haare so wie ich drei millimeter hast du ruhe vertrau mir heute kleine planänderung eigentlich zum bau jetzt schon wieder mit marcello ach das war ja so der hat mir damals die videos noch per whatsapp geschickt und ich habe noch am anfang die videos für ihn auch noch mit geschnitten weil er hat noch nicht so viel ahnung hat mit dem schnitt gehabt und mit welchem programm der das macht und das hat er noch am anfang mir die videos geschickt weil so welche sätze oder so welche sachen die kommen nur von mir also kaffee und dann gucken wir weiter was wir so machen ja so da kommt der gast da komme ich das war so warm so warm kinder katastrophe ich sage es euch ja bleib locker mit der kippe im maul ekelhaft das mag ich überhaupt gar nicht ne ihr wisst gar nicht wie oft ich schon gewloggt habe und mit der kippe in der hand und ich bin jetzt nicht ich bin raucher so und ich bin jetzt nicht der fan davon mit zigarette also wenn ich mich vervlogge wenn andere dabei sind und andere rauchen und ich die dabei aufnehmen stört mich das nicht nur mir stört es wenn ich mich selber aufnehmen und mit der zigarette nennt das mag ich nicht so ganz ich habe genug meine frisse gezeigt was trinken wir gerade das ist das wieder reise anstatt mal die kamera so zu nehmen sich so zu vloggen dass man ihn sieht und mich nein er nimmt nur mich auf für die leute die es gerne wissen möchten das war ein freddo cappuccino das trinken gern die griechen wie auch frappe zusammen da ich halb grieche bin und halb italiener ich halt gern kaffee und wenn ich dann draußen sitze trinke ich halt hier wie man sieht schöne freddo cappuccino mit so dick milch schaum drauf der lösche ich frage mich nur wo die cookies sind ja ich mich auch witzig geschichte schon mal um hier wir wollten essen gehen und wir hatten natürlich jetzt muss ich überlegen das war gust hatten wir noch keinen lockdown aber da hatten wir diese regelung hier mit bestimmten uhrzeiten und reservieren und anmelden hier und blau hin und her also dieses spontane essen ging ging nicht mehr voll nicht witzig dumm super laden weil schon mal da essen mit mit freunden super super laden und da wollten wir unbedingt auch wieder mal zusammen essen gehen und er war noch nicht da so der markus der war noch nicht da essen und es hat leider nicht funktioniert weil gleich kommt weil mal gucken wie es da schmeckt der macho meinte ist ziemlich lecker super lecker okay ente warte vielleicht sieht man das irgendwo waren wir so wir waren jetzt beim portugiesen und der portugiese hat mit uns den hier gemacht brechend voll ja brechend voll eine schlange sage ich euch das war jetzt sehr spontan was wir gemacht haben es war aber auch gefühlt 80 grad draußen also wenn wir mal ehrlich sind im augusta 16 august wenn man überlegt und das war ein fehler hätten vielleicht reservieren sollen aber ja das war unser essen vom guten portugiesen also gute portugiesische küche auf war auch gut also um gottes willen auch okay nur halt im vergleich wir wollten woanders wir wollten was anderes essen und was am ende gegessen haben schweckt der dünner teller da ging so ne also war okay ich war nur enttäuscht weil ich habe mich auf franco portugies eingestellt ja guckst du mal auf die wetteralb da schon zwischen 10 und 11 soll es regnen ich dachte mir okay krass jetzt kommt einiges runter spare ich mir das gießen am arsch in kammer jetzt muss ich alles per hand gießen jetzt muss ich mich auf jeden fall beeilen weil ich mich auf jeden fall beeilen weil ich mich auf jeden fall beeilen muss ja jetzt bin ich mit allem fertig also mit dem gießen ging aber schnell zack ab geht's zum baumarkt hau rein markus erkennt das das war's von der reaction vielen dank dass ihr zugeschaut habt vergisst das abonnieren nicht das liken nicht und ich sag mal wir sehen uns die tage zu der nächsten reaction bis bald haut rein hau rein